In diesem Airsoft Video werden keine echten Waffen gezeigt, das ist nur Spielzeug und ist rein für die Unterhaltung. Lasst einen Daumen nach oben da und genießt das schlechte Video. Das passt perfekt bei dir, man muss den Hals richtig schützen und so. Welche Musik? Ich will auch sagen mit dem. Das sieht so geil aus, das ist ein echtes Kettenhemd. Selbst gemacht? Selbst gekauft. Echt cool aus. Gehst du auf so mittelalter Märkte manchmal? Ich bin da, reist von später. Ah, ok. Ja, das ist so geil. Leute, kommt mal keine Angst, kommt mal mit, kommt mal mit mir, zeig ich euch mal mit, mit, mit. Alles ok, da ist einer. Wo? Da hinten steht einer, da. Da hinten ist er. Hab ihn, hab ihn ist weg. Komm Leute, er ist weg, komm. Komm, komm, komm Leute, komm. Hier, 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 zu mir, zu mir, zu mir. Kommt zu mir, kommt zu mir. Kommt hierher. Oh Gott. Jetzt seid ihr an der Front, Leute, ok? Jetzt geht's um Leben und Tod. Oh, Alter, Alter. Denkt an eure Eltern. Was ist denn? Oh Gott, ich schieß von überall. Ah, ruf meine Mutter an. 9-1-1, Mature-Emergenz. Ruf meine Mutter an. Ah, ich deck mal hinter uns. Ich auch. Deckt mir den Rücken zu dritt, sehr gut. Pass auf, sie wollen eure Jugendfreulichkeit. Pass gut auf, ok? Boah, meine Fette, ey. Ah, pass auf, das war knapp. Was ist denn, wo die herkamen? Die waren irgendwo von da oben, ne? Ey, die werden hier so krabbschossen, Junge. Dejan! Dejan, Junge! Okay, zwei Leute sind noch hinten. Der war eine Brille. Hits. Ah, fuck. Guten Rücken gedeckt. Ich hab einen getötet. Du hast einen getötet, du Gott. Du Mörder! Dein Freund ist jetzt ein Mörder, was hältst du davon? Okay. Muss aufpassen. Du veränderst dich langsam. What happened? Nice. Du lebst noch. Sauber. Ja, ja. Das ist ja ein richtiges Tier, Mann. Tja, Mann. Tja, Mann. Tja, Mann. Da geht es, Mann. Sie sind geistig behindert. Mich? Ich stand hier die ganze Zeit. Ich war das nicht? Ich steh hier. Wir sind Animals. Wir sind einfach Eichhörnchen oder so. Waffentreffer! 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 Ich hab gar keine Waffe. Waffentreffer! Ich hab keinen Waffe. Ah, okay. Blau, er gebt euch! Ich stink! Spielende! 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 Echt? 600? Hatte Rot 600? Bitter Es war in diesem Moment das er wusste, dass er dich aufmacht hat. Alter, wir haben nur 300. Wer hat gedrückt? Wer hat denn gerade eben gedrückt? Super gemacht, Tim Roth. Wir haben verloren, wegen zu frühen Drücken. Alter, unglaublich. Wir haben verloren, weil sie im Rot gedrückt hat, obwohl wir keine 600 haben. Wer hat denn gerade eben gedrückt? Er kriegt ein Sternchen mit einer 1. Rot verliert, wegen falschem Drücken. HB, der ist weg. Hilfe! Ok, 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 lauf, lauf, lauf! Ha, überholt! Jalow! Hab ihn, war das weg? Sorry! 3, 2, 1! Spielende!